Granate Ich werfe sie weg, ich werfe sie weg Hab sie weggeworfen Scheiße Alter, warum bewege ich mich nicht? Ich stecke in der Mauer fest, du Hurensohn Und wo lang? Ja, das geht gleich weiter Da kommt wieder was gescriptet Glaube ich Ja Geile Scher Alter, meiner Lied Drei Mal nach, bevor Moni drin hat Spaß geht Ich bin tot Also, ja, was heißt, habe ich nicht mit gerechnet Habe ich da direkt in eine Gegner Scheiße Volle kann da rein Alter, meine muss schon wieder zehnmal nach Jetzt liege ich, Alter, das ist für mich normal Ich muss auch immer drei, viermal nachladen, bevor ich überhaupt Muni in die Waffe kriege Was ist das für ein Scheißfehler? Was ist das für ein Scheißfehler? Ich bin tot Ich bin tot Und schon wieder legt meiner drei Mal nach, bevor Was ist das für ein Scheißfehler? Ja, das ist für ein Scheißfehler? Ja, das ist für ein Scheißfehler? Nein, aah! Nein! Schweinehunde, Lügner! Jetzt, ich lieg! Ich lieg! Der GDW selbst auch von Elf! Oh, Quatsch! Aaaaaah! Und was? Weil ich bin am besten! Warum? Irgendwie höre ich Philipp einfach nicht, weil er so leise ist, oder so? Ich krieg das nicht mit? Warum sagst du mir nicht, dass ich leise bin? Nein, du bist eigentlich... Bist du eigentlich nicht, aber... Ich krieg das wohl, weil vielleicht das Spiel aus so laut, dass ich einfach deine Stimme nicht hier mitkriege. Das haben wir so... Und dann geht der einfach unter bei mir. Weil Tivo zum Beispiel Brühe ganz herum, wenn er liegt. Und das ist nicht zu überhören. Dann mach ich die Exe auf der Lippe, wo ich liege! Alter, ich lieg gleich auf! Ich bin aber bei dir. Kann doch ein Airstrike holen, aber bringt nichts! Doch, den brauchen wir jetzt, sonst geht er gar nicht weiter. Nicht, wenn ich nicht liege, weißt du? Also nicht, wenn ich liege, so. Bist du ja schon geholt? Flieger! Ich auch gleich! Danke! Ich muss jetzt mal hier durchlaufen, ja. Ich nehm auch gar keine Muni auf, fuck! So lange müssen wir? Hier ist ein Muni-Kasten bei mir! Jaaa! Oder? Nein! Nee! So! 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 Alter von wo? Irgendwie beschütter halten die aus! Alter, jetzt liege ich schon wieder, ich wusste aber nicht von wo, ey. Ich seh da auch gar nichts! Fliege! Ich bin auch am liegen. Ich liege direkt neben Tivo. Jetzt treffe ich auch nichts mit der Kack-Waffe. Dann helf doch dem Tivo! Wie lange wir den? Ich hab Tivo! Aber ich liege! Ich liege alle! Wir lagen wohl schon fast in Zeit vor am falschen Ort. Also, können wir klicken, aber wir liegen alle! Wie alle? Nee, wir ja nicht! Jaaa! Ah, jetzt bin ich tot! Wir haben welche Gruppenfang so lange wirklich widerstehen! Na gut, wir fangen ja hier wieder an! Dicht! Dichtkeit für k civilizations! Elektro- Wie bitte? Markanten! Schöne mich einen Ge случай. von uns ich bin dort hier aber auch schon durch kürzelt das finde ich streckend gemacht alter ist sie gar nicht Alter, irgendwas trifft mich. Ich sehe das nicht. Ich kann mich auch nirgendswo hinter verstecken. Ja, nur auf den Boden legen hilft ein bisschen. Ich treffe die ganze Zeit hier welche blind mit den Mörsern. Alter, was ist das für eine Missgeburt, dass man immer irgendwo hängen bleibt. Ey, der erste Soldat, der 500 Menschen gekillt hat und hängt an der Feder fest, ey. Danke, Philipp. Alter, und schon wieder von irgendwo. So. Ja, Garnate. Wie? Danke, Timo. Danke. 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 Das war's.